Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wenn ihr neu hier seid, teile ich wichtige Neuigkeiten und hilfreiche Tipps für Senioren und Rentner, insbesondere für diejenigen, die ihre Rente über die gesetzliche Rentenversicherung beziehen. Es ist entscheidend, über die neuesten Änderungen bei den Renten informiert zu sein, um das Beste aus euren Rentenansprüchen herauszuholen. Änderungen bei den Zahlungen oder neue Regierungspolitiken können schnell kommen und es ist wichtig, dass ihr auf dem neuesten Stand seid, um planen und das Beste aus dem machen zu können, was euch zur Verfügung steht. In dem heutigen Video haben wir dringende Neuigkeiten. Im Oktober 2024 gibt es bedeutende Änderungen bei euren Rentenzahlungen, einschließlich aktualisierter Zahlungstermine und angepasster Beträge. Ich werde euch alles erklären, was ihr wissen müsst, um gut vorbereitet zu sein. Jetzt lassen Sie uns die wichtigsten Aktualisierungen der gesetzlichen Rentenversicherung für Oktober 2024 besprechen. Es gab einige wichtige Anpassungen, die die Rentenbeträge und Zahlungstermine in diesem Monat beeinflussen werden. Die auffälligste Änderung ist die Anpassung der Rentenbeträge. Aufgrund der steigenden Inflation und der Lebenshaltungskosten hat die Regierung eine Erhöhung der Rentenzahlungen beschlossen, um Rentnern zu helfen, mit diesen finanziellen Belastungen umzugehen. Diese Erhöhung variiert je nach Rentenart, aber sie ist eine willkommene Entlastung für viele, die unter den höheren Lebenshaltungskosten leiden. Außerdem gab es eine Änderung im Zahlungstermin für diesen Monat. Statt der üblichen Zahlungstermine könnten einige Empfänger ihre Renten früher oder später erhalten, je nach den Bearbeitungszeiten ihrer Banken. Ich werde diese Termine gleich für euch aufschlüsseln, also bleibt dran! Warum sind diese Änderungen wichtig? Nun, mit der wirtschaftlichen Lage, die immer unvorhersehbarer wird, versucht die Regierung, mehr Unterstützung für Senioren zu bieten, die stark auf ihre Renten angewiesen sind. Dieses Update ist Teil einer breiteren Strategie, um sicherzustellen, dass Rentner weiterhin komfortabel leben können, trotz steigender Kosten für essentielle Dinge wie Lebensmittel, Gesundheitsversorgung und Energie. Diese Anpassungen sind das direkte Ergebnis von kürzlichen politischen Entscheidungen des Bundestags, der sich intensiv mit Rentenreformen beschäftigt hat. Vielleicht erinnert ihr euch, dass wir in den letzten Monaten mehrere Änderungen bei der Berechnung der Renten gesehen haben und dieses Oktober-Update ist Teil dieses größeren Plans, die Renten an Inflation und wirtschaftliche Herausforderungen anzupassen. Lassen Sie uns über den wichtigsten Teil für viele von euch sprechen, die neuen Rentenbeträge für Oktober 2024. Ab diesem Monat werden Rentner unter dem System der gesetzlichen Rentenversicherung eine Erhöhung ihrer monatlichen Renten sehen. Für die meisten Rentner wird dies eine Erhöhung von etwa 3-4% im Vergleich zu den vorherigen Monaten sein. Wenn ihr beispielsweise 1.600 Euro pro Monat erhalten habt, könnt ihr jetzt mit ungefähr 1.650 Euro bis 1.680 Euro rechnen, je nach eurer spezifischen Rentenart. Für diejenigen in höheren Rentenklassen könnte die Erhöhung sogar noch bedeutender sein. Rentner, die zuvor etwa 2.100 Euro erhielten, werden jetzt sehen, dass ihre Zahlungen auf etwa 2.170 Euro bis 2.180 Euro steigen, was eine erhebliche Erhöhung angesichts der aktuellen Lebenshaltungskosten darstellt. Was treibt diese Erhöhungen an? Wie bereits erwähnt, ist die Inflation ein entscheidender Faktor. Die Regierung nimmt diese Anpassungen vor, um sicherzustellen, dass eure Rente mit den steigenden Kosten für alltägliche Dinge wie Lebensmittel, Miete- und Energiekostenschritt hält. In den letzten Monaten haben viele Rentner Bedenken geäußert, dass ihre aktuellen Rentenzahlungen nicht ausreichen und diese neue Erhöhung soll einen Teil dieses finanziellen Drucks lindern. Vergleichen wir dies mit dem, was ihr in den letzten Monaten erhalten habt. Seit Juli 2024 wurden die Renten bereits einmal angepasst, aber das Oktober-Update zielt speziell darauf ab, die hohen Inflationsraten auszugleichen, die weiterhin bestehen. Während die vorherigen Anpassungen etwas geholfen haben, wird diese Erhöhung im Oktober einen spürbareren Unterschied in eurem monatlichen Budget machen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass diese Erhöhung automatisch erfolgt, sodass ihr keinen Antrag stellen oder Formulare ausfüllen müsst. Ihr solltet den aktualisierten Betrag direkt an eurem Zahlungstermin für Oktober auf eurem Bankkonto sehen. Diese Erhöhung ist mehr als nur eine Zahl, sie soll euch helfen, euren Lebensstandard zu halten. Mit steigenden Preisen, die alles von Energie bis Gesundheitsversorgung betreffen, wird dieses zusätzliche Geld hoffentlich vielen Rentnern eine dringend benötigte Unterstützung bieten. Jetzt lassen Sie uns über den Zahlungstermin für Oktober 2024 sprechen. Es ist wichtig zu wissen, wann ihr mit eurer Rente rechnen könnt, damit ihr im Wohaus planen und eure Finanzen reibungslos verwalten könnt. Typischerweise würden die meisten von euch in der ersten Woche des Monats ihre Renten erhalten. Für Oktober gibt es jedoch einige Anpassungen, über die ihr euch im Klaren sein solltet. Der wichtige Zahlungstermin ist der 5. Oktober, wenn die Mehrheit der Rentner der gesetzlichen Rentenversicherung ihre Renten auf ihren Bankkonten sehen wird. Für diejenigen unter euch, die ihre Zahlungen über bestimmte Banken oder Kreditgenossenschaften erhalten, könnte es zu leichten Verzögerungen kommen, die die Einzahlung möglicherweise auf den 6. oder 7. Oktober verschieben. Das hängt von den Bearbeitungszeiten eurer Bank ab. Wenn eure Rente bis dahin nicht angekommen ist, empfehle ich, direkt bei eurer Bank nachzufragen, um sicherzustellen, dass es keine weiteren Verzögerungen gibt. Ein weiterer Punkt, den ihr beachten solltet, ist, dass für diejenigen, die zweimonatliche Zahlungen erhalten, eure zweite Rate bis zum 20. Oktober ankommen sollte. Auch hier kann es je nach interner Verarbeitung eurer Bank zu leichten Variationen kommen, aber dies sollte der allgemeine Zeitrahmen für die Rentenzahlungen im Oktober sein. Hier sind ein paar Tipps, um eure Zahlungen zu verfolgen und sicherzustellen, dass alles im Zeitplan ist. Überprüft regelmäßig euer Bankkonto, entweder über Online-Banking oder in eurer Filiale. Die meisten Banken bieten mittlerweile Mobile-Apps an, mit denen ihr leicht nachverfolgen könnt, wann eure Rente eingezahlt wurde. Nutzt das offizielle Portal der Deutschen Rentenversicherung. Sie bieten eine Online-Plattform, auf der ihr euch einloggen und den Status eurer Rentenzahlungen überprüfen könnt, einschließlich möglicher Probleme oder Verzögerungen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch Benachrichtigungen bei eurer Bank einrichten, um informiert zu werden, wenn eure Rente eingezahlt wurde. So erhaltet ihr eine sofortige Benachrichtigung, sobald die Gelder eingehen. Denkt daran, es ist immer eine gute Idee, um diese wichtigen Termine herum ein Auge auf eure Konten zu haben, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Wenn ihr aus irgendeinem Grund eure Zahlung bis zum 7. Oktober nicht seht, ist es am besten, euer Rentenbüro oder eure Bank zu kontaktieren, um weitere Informationen zu erhalten. Wenn ihr euer Konto überprüft habt und festgestellt habt, dass eure Rente bis zum erwarteten Datum nicht angekommen ist, geratet nicht in Panik. Es gibt mehrere Schritte, die ihr unternehmen könnt, um das Problem schnell zu lösen. Zunächst solltet ihr euer Bankkonto ein oder zwei Tage nach dem geplanten Zahlungstermin erneut überprüfen, da es zu einer leichten Verzögerung bei der Bearbeitung kommen kann. Manchmal können Banken etwas länger brauchen, insbesondere an Wochenenden oder Feiertagen. Wenn sie immer noch nicht angekommen ist, solltet ihr als nächstes den Kundenservice eurer Bank kontaktieren. Sie können überprüfen, ob es auf ihrer Seite eine Verzögerung gegeben hat und bestätigen, ob die Zahlung verarbeitet wird. Wenn die Bank keine Antworten hat, ist der nächste Schritt, die Deutsche Rentenversicherung zu kontaktieren. Ihr könnt dies entweder tun, indem ihr deren Kundenservice-Hotline anruft oder euer lokales Rentenbüro persönlich besucht. Stellt sicher, dass ihr eure Rentenidentifikationsnummer und Bankdaten zur Hand habt, um den Prozess zu beschleunigen. Für diejenigen unter euch, die die Dinge lieber online verwalten, könnt ihr euch auch im Portal der Deutschen Rentenversicherung einloggen. Hier könnt ihr den Status eurer Rentenzahlung überprüfen, eure persönlichen Daten verifizieren und sehen, ob es irgendwelche Probleme oder Verzögerungen gibt. Es ist wichtig, schnell zu handeln, aber auch geduldig zu bleiben. Solche Verzögerungen werden normalerweise innerhalb weniger Tage gelöst, sobald ihr die richtigen Leute kontaktiert habt. Und vergesst nicht, wenn ihr euch unsicher seid, könnt ihr immer einen Kommentar unter dieses Video hinterlassen und ich werde mein Bestes tun, um euch in die richtige Richtung zu lenken. Wenn wir abschließend die wichtigsten Punkte des heutigen Videos schnell durchgehen, haben wir über die wichtigen Rentenänderungen für Oktober 2024 gesprochen, einschließlich der neuen Zahlungsbeträge und der aktualisierten Zahlungstermine. Denkt daran, dass ihr in diesem Monat mit einer leichten Erhöhung eurer Rente rechnen könnt, dank Anpassungen, die darauf abzielen, euch zu helfen, mit den steigenden Lebenshaltungskosten Schritt zu halten. Haltet die Zahlungstermine im Auge, überprüft euer Bankkonto und nutzt die Tipps, die ich geteilt habe, um sicherzustellen, dass ihr eure Rente pünktlich erhaltet. Und wenn es irgendwelche Verzögerungen gibt, zögert nicht, eure Bank oder das Büro der Deutschen Rentenversicherung zu kontaktieren. Es ist wirklich wichtig, über zukünftige Änderungen bei eurer Rente informiert zu bleiben. Ich werde euch die neuesten Updates bringen, sobald sie angekündigt werden, also schaut regelmäßig für mehr Videos vorbei. Wenn ihr Fragen oder Bedenken zu eurer Rente habt oder wenn ihr diesen Monat etwas anderes mit euren Zahlungen bemerkt habt, teilt gerne eure Erfahrungen in den Kommentaren unten. Ich würde mich freuen, von euch zu hören und euch zu helfen, wenn ich kann. Wenn ihr dieses Video hilfreich fandet, gebt ihm bitte einen Daumen hoch. Eure Unterstützung hilft mir wirklich, mehr Menschen zu erreichen, die von diesen Informationen profitieren können. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um weitere Updates zu Renten- und Rententhemen zu erhalten. Ich werde euch weiterhin die neuesten Nachrichten und Tipps geben, um euch bei eurem Rentenweg zu helfen. Schaut euch auch meine vorherigen Videos an, um weitere wertvolle Einblicke zu erhalten, wie die aktuellen Updates zu Rentenboni und finanziellen Hilfen für Senioren. Ihr findet diese hier auf dem Bildschirm verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich sehe euch im nächsten Video. Stern, Stern. 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 Vielen Dank.